Hier ist Naruto 285. Herzlich willkommen zu Megaman X4 Part 10 und jetzt, let's go. Hier, wir haben jetzt Part 10 hier und, ja. Das coolste ist, ich arbeite jetzt die Stages ab. So, let's go. Ah, das ist dann schwer, ich werde auch filmen mit dem Teil. Hab ich was vergessen? Ach, der wieder. Hi, Kommandant. Ah ja, Kommandant Vogelheine besuchte. Ah ich habe das Video. Hier, hier ist alles falsch Laserparade habe ich So, dann hier drauf, da muss man die anderen Freak mit Feuer erledigen Aber Den Zugbecher nicht mit Feuer erledigen Dann werde ich es so erledigen Der Zug ist doch so so da am Arsch Und auch damit habe ich den erledigt Das war's So So Okay Komm Du sollst Platz hoch, Mega Man, meine Güte Nein Ah, das füllt trotzdem den Schuss damit auf Cool Weil hier fehlt glaube ich noch ein kleines Düssel Dann ist der auch voll Die Container als andere habe ich ja nicht Für die anderen Heidi Ja Okay Ah So, für dich war nämlich alles gut Tja, läuft Das war's Oh Was ist das? Oh Ich hab die Entdeck Das war's Okay Tja, ich hab die Ich hab die Ich hab die Tja, ich hab die Naja, schön für dich. Und das war's. Game over, mein Freund. Das war's. Du hast dein Ding hier aus... ...rangiert, mein Freund. So. So, und die zwei Ecken hinten. Und wir haben was. Ich werd kurz das trinken. Oh, da ist Pilzmann. Haben wir gleich Pilzi. Ja, Pilzmann, wo bleibst du? Ja. Oh, mein Haupt ist, mein Freund. Oh, mein. Oh, mein. Und erledigt. Ciao, ciao. Ciao. Hm. Und weiter runter. Und auf zum nächsten. So. Jetzt hat's das Ding auch noch aktiviert. Und das war's. Hochen wir uns zum nächsten Gegner. Und zum letzten. Weil ich den auch noch mal kurz weg hier... nett. Ah, ja. Tiss! vergiss es nicht mit mir mein freund damit bist du auch erledigt nein nein Und jetzt drunter Weg Geht Fan Sigma Also der Tote ist da Und der Tote Okay Also der Tote ist da Und der Tote ist da Und der Tote ist da Wenn du noch einmal nicht Pause machst Ich schwör dir alter Dann ist ja echt was los für meinen Freund Soll ich dir echt mal So dass das ganze Zeit nicht weitergehen Das will ich ja für den ersten Jahr So 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 freunde ich habe alles was ich wissen wollte okay you would like the net gott schon sagen was ist los ja ich hab ja alles voll ja cool Oh, der Typ ist mal Damage und Boom, Boom, Tod Aber ich meine, danke Gut, dann bin ich jetzt in dem Part Ich bin jetzt im nächsten Part Ich bin jetzt in dem Part